Und wir sagen, wenn das Essen vom Land runterkommt, müssen die Mineralien und Spurenelemente wieder zurück. Die kannst du nicht wegschwemmen oder exportieren. Und ich habe 40 Jahre lang Komposttoiletten gebaut in Afrika, Südamerika und so und auch geforscht. Und ich habe mehrere Systeme. Dieses System hier ist ein aerobisches System mit Wermikultur, also mit Wurmzug. Das ist überhaupt das beste Komposttoil. Man kriegt da so fantastischen Wurmkot raus. Der ist wie schwarze Erde. Der perfekte Dünger für die Pflanze. Rechts sieht man die Holzhütte, auch wieder ein österreichisches Design. Die Holzhütte ist auf Abhang hinaus gebaut. Die Bodentielen, die Bretter sind sehr weit auseinander, also von unten belüftet. Wir haben zwei Kammern. Ein Jahr bleibt bei mir das Holz liegen, komplett trocken. Du siehst gar nicht einmal rauchen vom Kamin, wenn wir kochen. So wenig Verschmutzung. Noch dazu produziere ich auch Brennholz mit auf den Stocksätzen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Man kann zurückschneiden, Bäume, die treiben immer wieder aus in vier, fünf Jahren, kann es wieder ernten. So ein System habe ich. Und man braucht nur vier volle, erwachsene, immergrüne Bäume in Neuseeland, um den Hausbrand, das CO2, komplett zu abzupieren. Also sind wir kohlenstoffneutral. Sind das Weiden oder was sind das? Ja, Weiden, Pappeln, Esche und so Zeug und auch die Kastanea sativa. Und dann Akazien haben wir. Wir haben eine lange Liste von diesen Bäumen. Wir haben auch eine Liste für Europa, für Österreich. Und im Kurs wird das unterrichtet. Ja, hier gehen wir auf die Toilette. Wir haben zwei verschiedene Systeme. Man sieht hier, der Hocker, also die Muschel ist viel tiefer. Denn wenn man auf die Toilette geht, muss man ganz sicher sein, dass der Oberschenkel ein bisschen nach oben geht. Ja, nicht so sitzen wir auf dem Sessel mit unserem modernen Wind. Die Weltgesundheitsorganisation hat festgestellt, alle Kulturen, die hocken. Wir haben auch einen Hocker-Darmen hier, haben keinen Dickdarmkrebs und die Probleme, wie wir sie haben, Darmkrebs. Weil die sich total entleeren, wenn man sie nämlich ganz runterhockt, ein irrsinniger Druck auf den Unterleib, man entleert sich total. Bleibt nichts hinten, kann kein Krebs entstehen. Die wissen das alles. Nur, wir haben eine heilige Kuh, in unserer Kultur ist die Spültoilette, mit der würden wir uns nicht trennen. Das Auto und die Spültoilette, zwei heilige Kühe. Aber so zerstören die zwei heilige Kühe. Denn die Spültoilette ist eine Katastrophe für den Planeten. Und hat keine Zukunft, laut Experten, die Wasserexperten haben sie getroffen, in Venedig voriges Jahr. Die ganzen Experten der Welt, die mit Wasser zu tun haben, die gesagt, wir können uns nicht leisten, Trinkwasser weiterverwenden, um Urin und Spekalien wegzuwaschen oder chemische Substanzen. Das ist eine totale Verletzung am Leben. Die Zukunft wird sein, die trockene Toilette. Und es ist interessant, dass wir das schon so lange machen. Wenn man auf die Toilette geht, man gibt da irgendein Hackschnitt zum Material oder ein bisschen Graschnitt drüber, wenn man auf die Toilette geht, und die Würmer fressen unten alles weg. Natürlich müssen wir auch aufpassen, unser Klopapier ist ungebleibtes, recyceltes Papier von Zeitungen. Also keine Chemie drinnen, kein Farbdruck drauf oder sowas, sondern einfach nur so leicht graues, recyceltes Klopapier. Das fressen die Würmer in zwei Wochen ist das weg. In zwei Wochen ist das Erste, was sie fressen, das Klopapier. Ja, und wenn es dann runter geht und die Millionen Würmer da unten sich da begnügen dran an diesen Nährstoffen, dann ist das Endprodukt der wunderbare Kompost. Geht sehr schnell bei uns, ist in einigen Monaten schon Kompost, den kann man dann rausholen. Riecht wie Waldärde. Riecht wie Waldärde, ja. Und da sind natürlich viele, viele Würmer drinnen. Und das kann man sofort verwenden. Wir verwenden es zwar nicht im Garten, weil wir viele Besucher haben. Die Besucher haben Medikamente, essen Chunkfood und so weiter, und das wollen wir nicht in unserem Garten haben. Wir verwenden es nur um Bäume, und das ist ganz sicher, weil wir das um Bäume tun, sind wir ganz und gar sicher. Wenn da noch ein Pathogen wäre, das kann nicht nur auf den Baum gehen und in die Frucht rein. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Untertitelung des ZDF, 2020